Willkommen zurück zu einer neuen Folge, es ist Greed, Valhalla mit dem Alex, Horby, Dieri. Die letzte Folge sind wir zurückgekehrt, haben ein bisschen Stress mit Sigurd gehabt und jetzt würde ich mal sagen, wir machen ein paar Raubzüge, weil uns fehlt noch einiges. Teilen wir es auf, machen wir Raubzüge, holen vielleicht ein bisschen Zeug, für den Raubzug würde ich mich, wenn ich das hier, die gerne machen, das heißt wir holen uns, wir gehen hierher, im Schiff und holen uns dann mal die ganzen Sachen in der Nähe, ziehen wir die Folge mal durch und nächste Folge, wenn wir eine Folge nur rein haben, nächste Folge machen wir dann weiter, mit den, der Hauptquest, glaub mir, nochmal, West, Nord C6, was haben wir da ausgewählt, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall, East C6, stimmt, East C6, ich wollte gerade sagen, im Nord, im Osten, dann ist es ja East C6 eigentlich. So, mal schauen, wie wir es durchziehen, wir könnten auch schauen, nachdem, wie die, weil ich möchte gerne die Straße durchmachen, ähm, wie es ausschaut mit den Kopfkirchenjägern oder den Herausforderern, wie auch immer die heißen, die machen mal, weil sind ja ein paar unter unserem Level, ich war natürlich falsch, äh, da gehen wir als erstes hin. Auf die Welt, wer segelt? Ja, genau. Ah, das war hier, wo die, wo der Speer war. Bin ich gespannt, aber die dürften Level-mäßig eh unter unserem Ding sein, genau, äh, was ich fahren wollte, hier, hier gehen wir dann hin. East C6, das haben wir noch nicht, aber wir waren doch hier auch schon. Komisch. Komisch. Ist es das schon? Es ist es schon, oder? Ja. Ja. Ja, das wollen wir uns. Heute nähern wir die Rache. Ja. Lass sie bluten und greift euch die Beute. Ich spieß dich auf. Ah. Wo kommen denn ihr da hinten, ja? Ja. 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 Okay, jetzt wieder ab. Das muss ich auch mal probieren. Was denn? Eins, zwei, drei. Und jetzt mit dem Fuß. Ah! Wir warten, bis du müde bist! Viel Spaß. Was macht der denn oben? Oh, fuck. Es stinkt, verdammt! Okay. Da müssen wir jetzt mal erfolgreicher bitte plündern. Direkt daneben. Ja, jetzt. Geh mal hier rein. Einer bitte helfen. Los, ich brauche hier Hilfe. Oh, das wär nicht ein Tor. Ich will ja auch nicht kommen. Jetzt dachte ich mal kurz, hatte ich nämlich dunkle Haare. Es lag vielleicht dran, dass sie verbrannt waren. Aber, bin ich mir auch nicht sicher. Da rein. Kommen wir auch nicht so easy, oder? Ne? So. Gut, dann haben wir hier eben nur noch die paar... Deine Dinger da. Da rein wahrscheinlich genau. Weg mit dir. Du lässt meine Mädchen Ruhe. Stimmungen! Stimmungen! Oh, gib mir Schlaf! Glaub ja nicht, dass du das nicht überlegst! Wie wär's damit? Leide! Leide! Ich hab schon den Schlag komplett vergessen. Ja, wieder mit seinem Schwert. Eins, zwei, drei! Äh, dann bräuchte ich hier schnell Hilfe. Ja, beruhigte mal! Ich brauche hier drüben Hilfe! Die schreien wir hier zu laut. So, passt. Ähm. Mach ich hinten mal... Auch noch was? Aha! Da steht mein Mädchen davor. Hallo! Hier. Ich nehm mir das mal, ne? Ach ja. Okay. Okay. Äh. Tot! Da wär' ich nicht verfügbar. Nein, oder? Da. Heerball, Bordewall. So, dann haben wir hier... ...intrull zu planern. Du, wer wär's? Odin! Ich! Harvest! Du entkommst mir nicht zu einfach! Ja. Mit den Bogenschützen haben die denn hier? Hä? 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 Hat das da noch da? Hmm... Low! Hm? Schau mit dem eigenen Ding Ja, der kann gerne führen, was er will, aber nicht hier mit mir. Wo komme ich denn hier rein? Hier ist auf jeden Fall eine Tür. Und die hier ist aber aufzubrechen. Kommt rein, Jungs! Haben die das hier drin gar nicht mitbekommen, dass sie überfallen werden, oder? Hey, komm mal kurz her! Äh, wir haben jetzt noch... bei der Links... Hier haben wir auch einen, äh, Sportstreit... Warte, ist das kein Sportstreit? Was ist die Maske da? Hier, hier! Das ist keine Rolle! Ich verwende jetzt mal Mas... ja, äh, Legende... Was ist die Maske? Hier... Hier, römisches Artefakt! Okay, was wäre der Sportstreit? Äh, okay... Nö... Das Artefakt holen wir uns auch noch... Kopf ab! Ähm... Sportstreit... Puh... Das Artefakt meint ihr natürlich... Wurde ich mal jetzt noch schnell... Das ist oben, oder? Unten drin... Da oben ist es... Aha... Du musst jetzt nicht, dass es genau so enden wird... Da ist die Maske... Aber ich wollte ja gar nicht so hoch! Wie bist du denn da reingekommen? Ist da eine Tür, hier? Links... Ja, aber... Keine zum Reingehen... Ist da was offen, wie hier... Auf der anderen Seite? Da... Aha... Klar ist ich dir! Wir haben, was wir wollen! Los jetzt! Ich kann ja schön hier zum... Hier ist noch was! Aber was soll das denn? Da! Schön! Das heißt, es geht jetzt zum... Schiff... Und dann... Schnellreisender... Äh... Kann ich nicht schnell reisen! Am Schiff... Umdrehen... Und in die andere Richtung siegeln! Das ist ganz schön! Das ist ganz schön! Wenn ich da jetzt... Ich will... nichts ausser unten rechts das ladezeichen geht jetzt dann oder hier können wir nicht genau wir gehen dann nämlich hier hier hin dann holen wir uns dann das hier draußen auch noch wir können hier nicht sehr gesetzt aber da sind wir ja gleich das eine holen wir uns noch vielleicht schlafen wir zeit dieses zweite auch noch wir müssen ein bisschen überziehen das dritte meine ich dann und dann haben wir wieder ein bisschen was zum bauen für unser dorf natürlich auch plündern und wo es nur was kleines ist raum ich weiß auch nicht was ich genau tun will also ich nutze meine gelegenheit grad hier macht man die leute fertig und ich hole das zeug gemütlich was ist blödiernie was ist blödiernie Schon ein bisschen blöd Äh, genau das haben wir noch hier Hier gibt's auch keinen anderen Weg raus Kann ich da anders hoch? Ich bin da hoch So Du hast den Schatz hier Aha Reichtum erworben Schön Das heißt Wieder zurück zum Schiff Wie viele Leute sind noch da von denen Wir sind hier fertig Zurück zum Schiff Schön gemacht die Jungs Wo kommen die denn her? Hat er doch geschossen? Hey! Ich geh ans Steuer Der Segel blöd Ja, ich will auch hier Richtung Zum nächsten Zwischendrin bisschen was geblendert Nachbett Ich weiß nicht, das ist schon das nächste Tausend Meter Wow Ist schon schönes Land hier Sieht jetzt leider nicht mehr so aus Wenn ich mich entscheiden müsste In der Zeit Hätte ich vielleicht auch ab und zu mal gerne gelebt Jetzt bezahlst du für deine Sünden Bogen! Schießen! Schießen! Bogen! 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 Seegel! Bogen! Zegel! Mit dem Magen! Schön! Der Tor unserer Früche Also wir steigen erst ab. Danach dann. Hallo? Der Mast ist noch da! Boah, das war hier close? Boah, wie schnell aber in die Richtung gehen. Geh los jetzt Krieger! Klar, mal schauen, wo wir hier überall was haben. Wir haben hier was, hier was, hier was. Das andere ist ja unter der Fässer. Viel Spaß. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Okay, dann gehen wir halt mal von der anderen Seite rein, oder? Er hat jetzt versucht einen Überraschungsangriff mitzumachen. Hallo, nervst du mich? Na, also doppelt schön gehen auch. Viel zu holen. Ich schaffe das nicht allein. Schön. Mitten am Platz ist auch so ein Schatz. Alter, wo befinden sich die ganzen Leute her? Hier ist auch... Was haben die mit den Glocken hier? Ist auch komisch. Du langsam! Okay. Komme ich da oben rein? Ich lösche dich aus! Hier drin bin ich auch safer. Weil die Leute kommen ja eigentlich rein hier. Und das ist relativ easy. Da drin! Muss mir schnell einer beim Aufbrechen helfen. Haben die jetzt aufgehört auf mich zu zielen? Nee, nee, Jungs! Nicht schießen! Er bricht gerade wo ein! Achso, ich habe jetzt darauf gewartet, dass er was mehr macht. Wir verstehen uns einfach. Nicht nur meine Mates. Keiner so freiwillig was machen. Okay. Das heißt, die nächsten Sachen... sind die hier. Weck mal euch! Ist der da drinnen? Aber was soll ich denn machen? Er... Er steht jetzt... Er kommt einfach in meine Klinge rein. Komm mal kurz her! Ah ja, Mann. Das dauert nicht lang. Abbrechen, komm! Müssen wir da rein, das dauert nicht lang. Aber hier mal Hilfe! Ja! 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 Hätten wir aber auch schnell helfen können beim Auf... Naja, super. Hätten wir auch schnell helfen können beim Aufbrechen da. So, war jetzt... Einer bitte helfen! Hey! Kommt mal! Ich brauche hier drüben Hilfe! Nimm mal gleich den her, der was mit reinkommen ist, oder? So, dann haben wir noch diese Sachen. Hm... Hat irgendwas kleines drin? Oh. So, dann haben wir noch. Oh. So, dann haben wir noch eine... Kaube! Oh! Oh! Oh, oh! 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 Oh, oh! wir machen das zusammen wunderbar also ich bin mir nicht sicher aber da könnte jemand dahinter stehen weg mit ihr kommt dann schön was verstehst du dann ja die haben noch genau das letzte zeige zusammen als team als eine mannschaft geschafft gut da draußen wir auch noch was jetzt können wir ihn noch hinfahren ach warte da müssen wir dann das fahren wir jetzt noch schnell hin weil dann haben wir da in der richtung alles gemacht nicht dass wir dann nochmal extra raus fahren müssen das ziehen wir noch durch und dann jetzt wenn ich mal gleich weiter es gibt nichts geiles beim wasser frisch ausgemacht hat der kohlenseite noch so ein bisschen kribbelt die anderen würden sagen es gibt nichts geiles wie frisch gewirrischten orangen saft aber ich sagte es ist auch geil ich lebe über lang nämlich wo quest sondern bringt uns ein link schlecht die kette da vorne habe ich beim letzten mal glaube ich schon entfernen aber dürfte nicht mehr da sein das ist wie loaded normal wir haben auch 1334 sachen jetzt haben wir unten im hafen interessant was ist hier was ist das jetzt hier rechts das ist beides nichts da gehe ich mal hin wenn ich alleine bin also wenn ich irgendwann absetz von den aufnahmen musik gibt es schnell haben wir jetzt schon freigeschalten hier ist noch nicht ganz zum glück haben wir ihn ja nicht fertig er soll hier seine arbeit verrichten da vorne haben wir doch das ist ein sportstreit das meine ich die maske und jetzt leute das stimmt mit dir nicht ja ich bin mir auch nicht sicher jetzt ist es noch nicht gefährlich für die aber jetzt ist es jetzt jetzt ist es gefährlich für euch jetzt zieh ein Stücke kommt meine Wölfe ne ich kack mir doch gar nicht ein ne ich ne ich da ist was da ist was und jetzt was soll man großen wissen und eine ist hier hier lohnt es sich zu plünders ich brauche hier ja schnelle weg da gehen wir hier durch wir gehen ein bisschen anders an die Sache dann wir gehen ein bisschen anders an die Sache dann Hallo wir kommen von hallo noch keiner da wir kommen von unten na komm greif mich ran wir bringen Katestinale ja guck dir hier hier um die Ecke gleich oder draußen draußen oder doch nicht draußen hier hier um die Ecke gleich los ich brauche hier Hilfe zu wir brauchen Hilfe wir brauchen Hilfe da ist nochmal auch noch was aber hier drin dürfte auch noch was sein habe eine die mit da ich bin das was bist du ich mal bei dem ist Vielleicht sollte ich den noch mal ändern irgendwann mal Komm ich da rein? Hier irgendwo, da ist der Ich fang mal das fliegen an, wenn ich sachen blünder, das ist ganz normal Ich bin ja ein bisschen Das ist schön Das ist alle sehr freuen, wenn wir hier plündern Das ist voll Hätte ich den hier an den anderen eingangen, oder? Hätte er keine zwei Eingänge sucht Wäre ich wieder rumgegangen und hätte mich gewundert, dass ich den nicht schaffe Äh, den ich finde Komm hoch Leute, kommt hoch Schön habt ihr's gemacht Jetzt haben wir noch, da drin ist noch mal irgendwas Gehen wir hier noch mal rein Da ist es Ich brauche hier noch jemanden Zum Aufbrechen Ich brauche hier mal Hilfe Da kommt Hier lohnt es sich zu plündern Schon? So Leute So geht's hier hoch Woher geh ich denn auch hoch hier? Woher soll ich holen? Da bringt mir das gar nichts hier oben, oder? Schön Da raus! Ich töte den Scheithausen Was hast du mich genannt? Was hast du mich genannt? Das sagt man's überhaupt nicht, wenn er einen Scheiß auf mich zu besagt Irgendwie dann mal hochgeklettert, ganz normal Ich weiß auch nicht, was ist Ich weiß auch nicht, was es ist Versuche hier ganz normal ein Dorf oder ein Kloster aufzurauben Aber nee Jetzt haben wir's eh fertig, oder? Genau Raufzug abgeschlossen Kloster Rackhulf Jetzt haben wir noch die zwei hier Jetzt haben wir noch die zwei hier Hier links drin Ich brauche Hilfe Ich hab gekauft, dass noch einer kommt So, und jetzt holen wir uns das eine Teil da vorne noch Oh Gibt's überhaupt ne Hölle? Bei den Wikinger im Glauben Es gibt eine Hölle, aber die heißt nicht so wahrscheinlich Okay Jetzt haben wir wieder schön was geplündert So, und dann Haben wir auch hier nix mehr Das ist gut gemacht Haben wir hier die Küste Die haben sich im Fluss entlang geplündert Ganz gut Das heißt, wir gehen dann in der nächsten Folge Starten wir dann kurz im Dorf Machen wir noch ein paar Level noch ein paar Sachen auf, dass wir gescheite Häuser da haben Und dann geht's Mit der Mission weiter Und beziehungsweise ist es los Wenn es dir gefallen hat, abonnieren, kommentieren Positiv, wir werden nicht vergessen Schaut bei den anderen Projekten vorbei Bis zum nächsten Video Ciao